Ich verstehe immer noch nicht, wie das für ein Angeln ging. Keine Ahnung. Vielleicht so'n Teich nur. Das ganze ausprobieren. Teiche haben wir eigentlich gehabt, in der Nähe. Aber dann müsste es ja... Na sicher. Ich habe Angeln auch noch nicht ausprobiert. Ja und? Ich bin halt da. Probier doch mal aus. Irgendwann ist es immer das erste Mal. Genau wie mein Pups. Pups. Seid doch schämlich. Warte ab, ihr Killer Bean. Oh ne, nicht schon wieder Killer Bean. Ich habe gerade so eine Mühe gegeben, dass du wieder lebst. Dass wir mal wirklich 30 Tage durchhalten. Killer Bean kam mal aus dem Nest, aus dem Teil raus. Äh, okay, warum? Weil ich da ne Biene gefangen hab. Ach. Schau mal den... Die Chefs in Ruhe. Fang doch nicht immer unsere... Fang doch nicht einfach Bienen bei uns in der Nähe. Äh... Ja klar, deine Chefs greifen sie an, weil sie ja eine freundliche Person für uns ist. Die ist ja unserem Team. Weil... Ja. Dann brauchst du auch keine Bienen bei uns in der Nähe fangen. Lass die man. Ui... Brauchen Bienen aber... Ich sag's ja nur. Weiter außerhalb, ja, aber nicht hier bei uns in der Nähe. Du Kothauten. Nein, ich bin kein Kothauten. Nein, ich bin kein Kothauten. Doch. So, komm. 20 Holz, wenn jetzt gut. Weil ich werd jetzt eine Kiste bauen, wo nur Holz reinkommt. Ach so, nicht. Doch. Fertig aber. Mach doch. Das ist die Winterkiste. Wie? Äh, Firefly hab ich grad gefangen. Oh mein Gott. Na, kannst du... Ich hab einfach nur... Fertaste gedrückt, weil ich abwarmen wollte eigentlich. Hab ich eine Firefly gefangen. Ja, da kannst du so einen Minershelm glaub ich mitmachen. Wenn mich das nicht irrt. Jetzt weiß ich nur nicht, wo der ist. Hab aber nicht. Fuck net. Mh, ne Axt hab ich jetzt auch nicht mehr. Nee. Damit kommst Du in diese Höhlen rein, mit dem Miners. Und hast auch inех in der Nacht. Ja. Klapp. 4h. Ja. Alles gut Komm schön Da ist man laxt So, 40 Holz Die nächsten gehen weiter Nur mit war halt Weil unsere Kisten sind ja so leicht Überfüllt und voll Und durcheinander Das kennen wir ja irgendwo her, ne? Keine Ahnung, woher du jetzt bist Ich sag ja nur Minekraft Haben wir das, haben wir dies, haben wir das? Nein, haben wir nicht Was kann man denn noch verwenden? Woodwalls machen, ne? Ich glaube, die brennen ja auch Steinwände machen wir demnächst Wir brauchen aber genug Stein Ja Jetzt erstmal Holz für den Winter, auf jeden Fall Vielleicht zu viel Zu wenig Was? Zu wenig Zu wenig Turm Hm Zu wenig am Farben Ah, friss mal die Blume Dann hab ich noch Platz im Lager Essen Kann ich auch wieder was Kannst du sortieren, wie du Langeweiler Ja, das kann ich wieder machen Ich hab da ja kein Problem mit Ich hab da ja so ein System Weil es doch anders ist, dass ich alle volle Stacks In eine Kiste packe Und den Rest dann so verbrauche Und immer unser Stöckchenfeld immer abernten Das haben wir auch gutes Holz Naja Kannst du ja machen Ich weiß Mach ich auch gerne Da haben wir die Gräber Jetzt muss ich nachgucken Wo war denn das Steinfeld? Habe ich das übersehen? Nein Habe ich nicht überlegen Ich hab voll durcheinander Sträucher Ja Durch 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 Durcheinander Durcheinander Sinds haben wir auch eigentlich genug Hm? Sinds haben wir auch irgendwie genug Ja Beeren Ne Ich Komm jetzt wieder zurück Ah Habe ich mir auch weg Sammeln jetzt noch ein bisschen Essen ein Damit ich mir wieder was zu essen machen kann Oh ne Truta Das war klar Dass du hier irgendwo hin willst Ne ne so spielen wir nicht Truta Händchen Aber ich wollte jetzt auch hier ein Malo sagen Äh Bäume anpflanzen Wie siehts damit aus? Also nicht Okay dann pflanze ich gleich welche an Ach oben genau Die hatte ich oben hingesetzt Na die Stümpfe müssen wir noch ausziehen Sieht ja sonst ein bisschen Ah aber jetzt hier aussehen Oh dunkel Was kommt denn denn da drauf? So Äh Eins Zwei Drei Und eine Karotte hier rein Oh wie viel chest Ach du scheiße Dann pack ich mal hier Die vollen Sticks Ja ist doch nicht schlimm Da wird wieder länger dunkel Ah jau Ah da kommt der Dann ist jetzt Herbst Dann ist jetzt Herbst Checker Hier haben wir Die so viele Ah jau Klar warst du das Da hab ich schon wieder viel zu viel Unge Darum ist das zu essen drin Ja Mal warst du mich aber Nimm ruhig Nimm ruhig Nimm ruhig Nimm ruhig Und du hast wieder viel zu Du hast bestimmt noch genug ne Dann haben wir noch drei essen Das ist nicht Ja ich hab Meinen wir jetzt Essen voll Ne essen voll Hab ich sowieso nicht Dann lass ich die immer ganz tief runter Weil die richtig viel Ähm hoch bekommt wieder Wenn ich das Voll mache So hier in der Mitteln Kiste hab ich jetzt alles was Fertig ist Ach du scheiße Hast du denn alles hier drinnen Oh wir haben Wir haben doch schon mal irgendwo Seelen gehabt Da Ja da muss ich irgendwie dran Deswegen sag ich das Ah Winter siehst du Da ist es nämlich Ach ne Da ist es nämlich mit dem Winter Das du da jetzt gleich Schmerzen kriegst ne So Ja wenn um dir Eisding kommt dann kriegst du Kriegst du Aua Habt ihr keine Kacke mehr irgendwo gehabt Ne Einmal hatten wir da noch dran Kommt ja jetzt viel Musik Wenn du was du da machst Ne ich meine wann darf es da Keine Ahnung Komische Musik Oder es ist Herbst Ich glaube es ist Herbst 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 Ah jetzt ist Sammelzeit angesagt Ja So Hunger wieder voll Nur durch ein Essen Darum bei der Braucht man nicht so Warten Die ist halt nur schwach Die Alt Sechzig Ja 17 Ja komm Ich holz noch ein bisschen Holz ab Damit wir beim Winter viel haben Komische Musik Das ist auch gut Alter Och ne Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Und Hunde Und du lagst Meine Sachen brennen Centos Oh Das war mein TS Der TS ist down Hm komisch Ich habe jetzt ein leichtes Problem Wie kann man denn hier schreiben Controls Chat Da Y Ist jetzt ein bisschen komisch Aber ein bisschen ärgerlich Ah naja Sollen wir machen Haben wir jetzt noch ein paar Minuten Ich weiß nicht ob Centos jetzt zurückschreibt Oh wir sind gestorben Mal gucken ob wir jetzt so ein Grab finden Das ist natürlich blöd Und schade auch mit einem Spielstand Das ist blöd Oh das ist creepier Komisch 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 Uh Lift the game Hm ich weiß nicht wie ich was hervor hat oder Keine Ahnung Also ich würde mal sagen Ich beende mal hier die Aufnahme Vielleicht kommen wir noch dazu Dass wir diesen Spielstand ein bisschen weiter spielen Und würde sagen Bis dahin Euer Flashout der P Centos kann jetzt leider nicht mehr Tschüss sagen Aber deswegen Bye bye liebe Leute Tschüss 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 Tschüss